Epikur wurde 341 vor Christi als Sohn athenischer Siedler auf der Insel Samos geboren. Er zeigte sich als Nachfahre der Kyrenaika, denn er fragt nicht nach dem moralisch richtigen Leben, sondern nach der Glückseligkeit. Nach Freude zu streben, dem Schmerz zu entfliehen, ist uns angeboren. Als Symbol für Freude und Lust haben wir bei unserem Modell die Weintrauben gewählt, für Schmerz und Unlust die Insekten. Es gilt nun nicht, einfach alle Trauben in die linke Waagschale zu werfen, da die meisten Dinge der Welt ja nicht nur Lust, sondern auch Unlust bringen, zum Beispiel den Aufwand der Beschaffung. Oft überwiegt dann die Unlust, vor allem bei vergänglichen körperlichen Freuden im Unterschied zu den geistigen, die für Epikur höhereinig sind. Die Seelenruhe als geistige Haltung vermag sogar körperlichen Schmerz auszugleichen. Schmerzlosigkeit ist an und für sich ebenso schon ein positiver Wert. Leeren Bedürfnissen wie Ruhm und Ehre soll man gemäß Epikur nicht nachjagen. Die Quelle der Freude und des Genusses ist seiner Auffassung nach die philosophische Weisheit und der Austausch mit Freunden das höchste Gut. So kann jeder in stiller Verborgenheit mit Freunden lebend glücklich sein. Auch die Angst vor dem Tod ist unbegründet, denn der tote Körper kann nichts empfinden und die Seele löst sich zum Zeitpunkt des Todes mit auf. Epikur übernimmt den Atomismus Demokritz, dass Teilchen sich ohne höheres Stil durch die Leere bewegen. Sie folgen dabei ausschließlich Naturgesetzen und fallen zunächst gleichmäßig nach unten. Durch kleine, zufällige Abweichungen kommt es dennoch dazu, dass sie sich anstoßen, miteinander verhaken und zu größeren Gebilden verklumpen, die dann zu komplizierteren Bewegungen gelangen. Mit 18 Jahren ging er zum Militärdienst nach Athen. 306 zog er mit einigen Schülern wieder nach Athen und kaufte in einem Vorort einen Garten, der zu seiner Schule wurde. Er lebte dort mit seinen Freunden ein genügsames Leben, frei von Todesfurcht und Aberglauben. Auch Frauen und Sklaven gehörten zu dieser Gemeinschaft. Die polemischen Nachrichten über zügellose Schlemmereien und wollüstiges Leben der Epikuräer gehen vermutlich auf Timokrates zurück, der zunächst Schüler war, dann aber die Schule verließ. Die hohe Wertschätzung des geistigen Lebens kommt in Epikurs Abschiedsbrief zum Ausdruck. Den hochgepriesenen Lebenstag noch einmal feiernd und ihn zugleich beendend schreibe ich euch dies. Harnzwang und Ruhebeschwerden sind eingetreten von einer solchen Schmerzhaftigkeit, dass ein höherer Grad nicht mehr möglich ist. All diesem aber hält die Freude meiner Seele stand in der Erinnerung an unsere philosophischen Gespräche.